Dieser aufregende Ford Fiesta Sport mit EcoBoost Motor könnt ihr schon bald vor ihrer Tür stellen. Wir freuen uns über ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Große Spiegel in Kontrastfarbe bieten beste Übersicht. Viele sportliche Details rund um die Karosserie unterscheiden diesen Fiesta. Schon allein die Zweifarblackierung macht besonders viel her. Schicke 17-Zoll-Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sportsitze bieten viel Seitenhalt und Komfort. Passende Fußmatten gehören bei uns übrigens dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Sport schützt Sie rundum mit sieben Airbag, ABS, ESP und Nebellampen vorne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Sony Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem rassigen Ford Fiesta Sport und seinem neuen EcoBoost-Motor werden Sie viel Spaß haben. Der Wagen hat zwei Jahre. Garantie ab Erstzulassung, gerne verlängerbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.